Hallo, wir sind das Team Dosentelefon und haben im Rahmen von Jungtec das Projekt VoIP Dosentelefon erstellt. VoIP steht für Voice over IP Dosentelefon, sozusagen Stimme über IP. Genau, wir haben eine Dose, in dem Fall ein Becher verwendet, darin ein Mikrofon und ein Lautsprecher gebabbt und dann direkt an den Raspberry Pi angeschlossen, also an einen kleinen Computer. Der wird von einer Powerbank gepowert. Die Funktion unseres Dosentelefon ist eigentlich nur ein kleines Gadget. Außerdem verbindet man damit eine Technik aus 1600 irgendwas mit der modernen Technik, welche wir hier zusammengefügt haben. Außerdem lernt man da Kinder sozusagen früh den Umgang mit moderner Technik. So, jetzt wollen wir das mal kurz demonstrieren. Wir sind jetzt nicht normale Technik. Wir können mit Önes hercroben. Sehr gut. Wir können我们 in medien mec�room und auf diesem Rollst buscaben. лишком inspired. Wir wollen die Sicherheitskleben. Wir können die Origin. Wir müssenys rollen. Wir müssen Arc posteriori über die Geräte machen. Tja, das ist es mit der Technik. Wir haben es vorhin noch ausprobiert, aber wenn jetzt hier halt 100 Leute im WLAN drin hängen, also wer es nachher sehen möchte, kann sich an uns wenden. Dankeschön. Vielen Dank.